Der Narr liest Die drei Musketiere von Alexandre Dumas Kapitel 24 Portos Anstatt geradewegs nach Hause zurückzukehren, stieg d'Artagnan vor der Tür des Herrn von Trevay vom Pferd und ging eilig die Treppe hin an. Er war diesmal entschlossen, ihm alles, was sich begeben hatte, mitzuteilen. Zweifelsohne würde er ihm in dieser ganzen Sache gute Ratschläge erteilen, und dann, da Herr von Trevay fast täglich die Königin sah, so könnte er vielleicht von ihrer Majestät Nachrichten über die arme Frau erhalten, die gewiß ihre Ergebenheit für ihre Gebieterin büßen mußte. Herr von Trevay hörte der Mitteilung des jungen Mannes mit einem Ernst zu, der bewies, daß er in dieser ganzen Sache etwas anderes sah als eine Liebesintrige, und dann, als d'Artagnan zu Ende war, sagte er, Hm, das riecht auf eine Meile nach dem Kardinal. Doch was soll da geschehen? fragte d'Artagnan. Nichts, durchaus nichts zu dieser Stunde, als Paris so schnell wie möglich verlassen, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Ich werde die Königin sehen und ihr umständlich alles mitteilen von dem verschwindenden armen Frau, wovon sie gewiß noch nichts weiß. Diese Umstände werden ihr einen Fingerzeig geben, und wenn Sie wieder zurückkommen, kann ich Ihnen vielleicht Gutes berichten. Verlassen Sie sich auf mich. D'Artagnan wußte, daß Herr von Trevay, ob er auch Gascogna war, nicht gern zu versprechen pflegte, daß er aber, wenn er zufällig etwas zusagte, mehr hielt, als er versprochen hatte. D'Artagnan war entschlossen, den Rat des Herrn von Trevay unverzüglich zur Ausführung zu bringen und begab sich in die Gasse Fossoyeur, um das Bepacken seines Mantelsackes zu überwachen. Als er sich Nummer elf näherte, erkannte er Herrn Bonacieux, der im Morgenanzug an der Schwelle seiner Tür stand. D'Artagnan gedachte alles dessen, was ihm tags zuvor der schlaue Planché von dem tückischen Charakter seines Wirtes gesagt hatte und faßte ihnen aufmerksamer ins Auge als je zuvor. In der Tat, außer der gelblichen und kränklichen Blässe, welche die Vermengung der Galle mit dem Blut andeutete und die übrigens auch zufällig sein konnte, bemerkte D'Artagnan etwas Verschmitztes und Falsches in den Zügen und Runzelbewegungen seines Gesichts. Ein Schurke lacht nicht so wie ein ehrbarer Mann, ein Heuchler weint nicht dieselben Tränen wie ein Mann von Glauben und Treue. Es kam also D'Artagnan vor, als ob Herr Bonacieux eine Maske trüge, und zwar eine der unangenehmsten. Er wollte nun in seinem Abscheu gegen diesen Mann an ihm vorübergehen, ohne ein Wort mit ihm zu reden, doch sprach ihn Herr Bonacieux an wie tags vorher. »Nun, junger Mann, es scheint, dass wir fast nachts Nächte machen, sieben Uhr früh, Pest. Es scheint, als wollten Sie die alte Gewohnheit umwenden und kehren zu der Stunde heim, wo andere ausgehen.« »Meister Bonacieux«, erwiderte der junge Mann, »da Sie ein wahres Muster von einem ordentlichen Manne sind, so wird man Ihnen keinen ähnlichen Vorwurf machen. Freilich, wenn man eine hübsche junge Frau besitzt, hat man nicht nötig, dem Glücke nachzulaufen. Das Glück sucht vielmehr Sie auf.« »Nicht wahr, Bonacieux?« Herr Bonacieux wurde leichenblass und verzerrte lächelnd den Mund. Dann sprach er, »Haha, Sie sind ein scherzhafter Geselle! Aber wo, Teufel, sind Sie denn diese Nacht herumgelaufen, junger Herr? Wie es scheint, waren die Quer- und Seitenwege nicht am besten?« D'Artagnan sah hinab auf seine ganz mit Kot bedeckten Stiefel. Doch bei dieser Bewegung fiel sein Blick auch auf die Schuhe und Strümpfe des Krämers. Man hätte wirklich glauben mögen, sie seien in denselben Schlamm getaucht worden, da sich an dem einen wie an dem anderen ganz ähnliche Makel bemerkbar machten. Auf einmal stieg D'Artagnan ein Gedanke auf. Jener kleine, dicke, kurze, graue, bedientenartig und gemeingekleidete Mann, den die Leute vom Degen jener Eskorte so rücksichtslos behandelten, war Bonacieux selber. Der Mann leitete die Entführung seiner Frau. D'Artagnan empfand eine namenlose Lust, den Krämer an der Kehle zu packen und zu erwirken. Allein er war, wie gesagt, ein kluger Junge und hielt an sich. Doch der Aufruhr im Herzen drückte sich im Gesicht deutlich ab, dass Bonacieux darüber erschrak und einen Schritt zurückzutreten versuchte. Da er aber gerade vor dem geschlossenen Türflügel stand, so nötigte ihn dieses materielle Hindernis, an derselben Stelle zu bleiben. »Ei doch, Sie scherzen, mein guter Herr«, versetzte D'Artagnan. »Mich düngt, wenn meine Stiefel des Schwammes benötigen, so rufen auch Ihre Schuhe und Strümpfe ein wenig nach der Bürste. Sie sind gewiß auch ein bisschen herumgestiegen, Herr Bonacieux? Ach, Teufel, das könnte man einem Manne von Ihrem Alter gar nicht verzeihen, zumal er eine so hübsche Frau hat wie Sie. »Hach, mein Gott, nein«, entgegnete Bonacieux. »Allein ich war gestern in Saint-Mandé, um Nachfrage über eine Magd zu halten, da ich eine solche aufzunehmen genötigt bin. Und weil die Wege schlecht waren, so brachte ich all den Schmutz mit, den wegzubürsten ich noch nicht Zeit gehabt habe.« Der Ort, den Bonacieux als Zielpunkt seines Ausflugs angab, bestärkte D'Artagnan aufs Neue in seinem Verdacht. Bonacieux bezeichnete Saint-Mandé, das doch ganz in einer entgegengesetzten Richtung von Saint-Claude gelegen war. Er freute sich bei seiner Vermutung. Wenn Bonacieux wußte, wo seine Frau war, so konnte man jederzeit die äußersten Mittel anwenden und den Krämer zwingen, dass er den Mund aufschließe und sein Geheimnis von sich gebe. Es handelte sich darum, diese Wahrscheinlichkeit in Gewißheit umzuwandeln. »Um Vergebung, mein lieber Herr Bonacieux, wenn ich mit Ihnen keine Umstände mache,« sagte D'Artagnan, »aber nichts regt so auf als eine schlaflose Nacht, und ich habe entsetzlichen Durst. Erlauben Sie mir, ein Glas Wasser bei Ihnen zu trinken? Sie wissen ja, dass Nachbarn das einander nicht abschlagen.« Und ohne dass D'Artagnan die Erlaubnis seines Wirtes abgewartet hätte, ging er rasch in das Haus und warf einen schnellen Blick auf das Bett. Das Bett war unberührt. Bonacieux hatte nicht darin geschlafen. Er war also erst vor einer oder zwei Stunden heimgekehrt und hatte seine Frau begleitet, entweder bis zu der Stelle, wohin man sie führte, oder mindestens bis zur ersten Wechselstation. »Dank, Meister Bonacieux,« sagte D'Artagnan, nachdem er sein Glas geleert hatte. »Das war alles, was ich von Ihnen wollte. Jetzt gehe ich in meine Wohnung, lasse mir von Planché meine Stiefel putzen, und wenn er das getan hat, so schicke ich ihn, wenn es beliebt, zu Ihnen, dass er Ihre Schuhe abbürste.« Er verließ den Krämer selbst betroffen über diesen seltsamen Abschied und fragte sich, ob er sich nicht etwa bloßgestellt habe. Oben an der Treppe traf er Planché ganz bestürzt. Als der Lakaille seinen Herrn erblickte, rief er, »Ach, mein Herr, sind Sie endlich hier? Ich konnte Ihre Zurückkunft kaum erwarten.« »Was gibt es denn?« fragte D'Artagnan. »Oh, mein Herr, ich wette hundert und tausend, dass Sie nicht erraten, welchen Besuch ich in Ihrer Abwesenheit erhalten habe.« »Wann?« »Vo einer halben Stunde, während Sie sich bei Herrn von Trevis befanden.« »Wer ist also gekommen, sag an?« »Herr von Cavour.« »Herr von Cavour? In Person?« »Der Kapitän der Leibwachen seiner Eminenz?« »Er selbst?« »Kam er, um mich zu verhaften?« »Ich vermute das, ungeachtet seines freundlichen Aussehens.« Er machte ein freundliches Gesicht. »Er war ganz honig, mein Herr.« »Wirklich.« »Wie er vorgab, kam er im Namen seiner Eminenz, die Ihnen sehr geneigt wäre, und wollte Sie bitten, ihm nach dem Palais Royal zu folgen.« »Und was hast du ihm geantwortet?« »Das könnte nicht geschehen, denn Sie wären nicht zu Hause,« »wie er sich selbst überzeugte.« »Was sprach er dann?« »Sie sollen ja nicht ermangeln, ihn diesen Tag über zu besuchen.« Dann fügte er leise hinzu, »melde deinem Herrn, seine Eminenz sei ihm recht wohlgewogen, und sein Glück hänge vielleicht von dieser Zusammenkunft ab.« »Diese Schlinge war für den Kardinal hübsch übel gelegt,« entgegnete der junge Mann lächelnd. Ich bemerkte auch diese Schlinge und antwortete ihm, »Sie würden bei Ihrer Zurückkunft in Verzweiflung geraten.« »Wohin ist er denn gegangen?« fragte mich von Cavour. »Nach Treu in der Kampagne,« gab ich zur Antwort. »Und wann ist er abgereist?« »Gestern Abend.« »Mein Freund Planché«, fiel D'Artagnan ein, »du bist in der Tat ein köstlicher Bursche.« »Sie begreifen wohl, mein Herr, wenn Sie Herrn von Cavour besuchen wollen, so wäre es immer noch Zeit, mich Lügen zu strafen und ihm zu sagen, Sie wären nicht abgereist. Ich hätte also gelogen, und da ich kein Edelmann bin, so kann mir das hingehen.« »Sei ruhig, Planché, du wirst deinen Ruf als wahrheitsliebender Mann bewahren. In einer Viertelstunde reisen wir ab.« »Ich war eben im Begriff, Ihnen diesen Rat zu geben, und wohin reisen wir?« »Wenn ich ohne Neugierde fragen darf.« »Ganz in der entgegengesetzten Richtung von jener, die du angegeben hast.« »Übrigens scheint es dich nicht gar so sehr zu drängen, um Nachrichten zu erhalten über Grimaud, Mosqueton und Bazin, wie mich, um zu erfahren, was mit Arthos, Portos und Aramis geschehen ist.« »Allerdings, mein Herr,« entgegnete Planché, »ich reise, wann Sie befehlen und glaube, dass uns die Provinzluft besser behaken wird als die Pariser Luft. Also, schnüre unser Bündel, Planché, und dann vorwärts. Ich will die Hände im Sackge vorausgehen, damit es keinen Verdacht erweckt. Du triffst mich im Hotel der Garten. Aber höre, Planché, was du in Betreff unseres Wirtes gesagt hast, glaube ich, du hast wohl recht. Er ist entschieden, eine garstige Kanalje.« »Och, mein Herr, glauben Sie immerhin, wenn ich etwas sage, ich verstehe mich auf Physiognomien.« D'Artagnan ging laut Verabredung zuerst hinab und begab sich dann, um sich nichts vorwerfen zu müssen, zum letzten Mal nach den Wohnungen seiner drei Freunde. Man hatte von ihnen keine Nachricht, bloß für Aramis war ein durchaus parfümiertes und mit zarter, zierlicher, handgeschriebenes Briefchen angekommen. D'Artagnan übernahm dasselbe. Zehn Minuten darauf kam Planché mit ihm im Stalle der Garten zusammen. D'Artagnan hatte bereits sein Pferd gesattelt, um ja keine Zeit zu verlieren. »So ist's gut,« sprach er zu Planché, als er den Mantelsack festgebunden hatte. »Jetzt sattle auch die drei anderen Pferde und wir reißen ab.« »Glauben Sie wohl, wir kommen jeder mit zwei Pferden schneller vom Fleck?« fragte Planché mit seiner pfiffigen Miene. »Nein, mein armer Spaßmacher,« entgegnete D'Artagnan. »Allein mit unseren vier Pferden können wir unsere drei Freunde zurückbringen, wenn wir sie anders noch am Leben treffen.« »Das wäre wohl wundersam,« versetzte Planché, »doch man darf an der Barmherzigkeit Gottes nicht zweifeln.« »Amen,« rief D'Artagnan und schwang sich auf sein Pferd. »Wir müssen bemerken, dass Planché bei Tage mutvoller war als des Nachts. Indes verließ ihn seine natürliche Klugheit in keinem Augenblick. Er vergaß auch keinen Vorfall der ersten Reise und hielt jedermann für einen Feind, der ihm auf der Straße begegnete. Demgemäß hielt er ohne Unterlass seinen Hut in der Hand, weshalb D'Artagnan oft ernstlich mit ihm zankte, da dieser besorgte, man möchte ihn ob dieser obmäßigen Höflichkeit für einen gemeinen Menschen halten. Aber sei es nun, dass die Vorübergehenden wirklich von der Artigkeit Planchés gerührt wurden, oder dass diesmal niemand am Wege des jungen Mannes im Hinterhalt lag, genug, unsere zwei Reisenden kamen ohne allen Unfall nach Chantilly und stiegen beim Hotel Grand Saint-Martin ab, wo sie auch auf ihrer ersten Reise angehalten hatten. Als der Wirt einen jungen Mann und hinter ihm einen Lakai mit zwei Handpferden herankommen sah, trat er ehrfurchts voll an seine Türschwelle. D'Artagnan, der bereits elf Meilen zurückgelegt hatte, dachte, es wäre wohl an der Zeit, hier einzusprechen und zu sehen, ob Portos im Gasthaus wäre oder nicht. Es war vielleicht nicht einmal klug, beim ersten Schritt zu fragen, was aus dem Musketier geworden sei. Infolge dieser Betrachtungen stieg D'Artagnan ab, ohne sich nach jemandem zu erkundigen, übergab die Pferde seinem Lakai, trat in ein kleines Zimmer, das für jene Gäste bestimmt war, die allein sein wollten, und ließ sich vom Wirt eine Flasche des besten Weines und ein Frühstück bringen, so gut es zu bekommen war, ein Verlangen, das den Gastwirt noch mehr in der guten Meinung bestärkte, die er auf den ersten Anblick von seinem Reisenden gefasst hatte. Auch wurde D'Artagnan mit wunderbarer Schnelligkeit bedient, das Regiment der Garten rekrutierte sich aus den vornehmsten Edelleuten des Reiches, da nun D'Artagnan einen Lakai hinter sich hatte und mit vier Pferden reiste, so konnte es nicht fehlen, dass er seiner einfachen Uniform ungeachtet Aufsehen erregte. Der Wirt wollte ihn sogar selbst bedienen, als das D'Artagnan sah, ließ er zwei Gläser bringen und eröffnete folgendes Gespräch. »Meiner treu, lieber Wirt, rief D'Artagnan, indem er die zwei Gläser füllte, ich begehrte von eurem besten Wein, und ihr habt mich betrogen, so werdet ihr da bestraft, wo ihr gesündigt habt, indem ihr mit mir trinken müsstet, weil ich durchaus nicht allein trinken mag. Nehmt also ein Glas und lasst uns trinken. Auf was werden wir trinken? Um nirgendwo anzustoßen? Nun, trinkt mir auf das Wohl eures Geschäfts. Eure Herrlichkeit erzeigt mir da eine große Ehre, sagte der Wirt, und ich danke aufrichtig für einen so guten Wunsch. »Ihrt euch nicht,« versetzte D'Artagnan, »in meinem Toast liegt vielleicht mehr Egoismus, als ihr denkt. Da ich besonders auf dieser Straße viel reise, so wünsche ich allen Gasthöfen großes Wohlergehen.« »Wirklich, scheint mir,« sagte der Wirt, »dass ich nicht das erste Mal die Ehre habe, eure Gnaden zu sehen?« »Bah, ich bin vielleicht schon zehnmal durch Chantilly gereist und habe bei euch wenigstens drei oder viermal angehalten. Ich war erst vor zehn oder zwölf Tagen hier, wo ich Freunde begleitete, nämlich Musketiere, wo einer derselben in Streit geriet mit einem Fremden, einem unbekannten Mann, der Händel mit ihm suchte, ohne dass ich weiß, warum. »Ach ja, in der Tat,« entgegnete der Wirt, »ich erinnere mich vollkommen, nicht wahr, eure Herrlichkeit will von Portos sprechen?« »Das ist eben der Name meines Reisegefährten. Mein Gott, sagt an, lieber Wirt, ist ihm etwa ein Unglück widerfahren?« »Eure Herrlichkeit musste wohl bemerkt haben, dass er seine Reise nicht fortsetzen konnte.« »Er hat uns wirklich versprochen nachzukommen, doch sahen wir ihn nicht wieder. Er hat uns die Ehre erwiesen, hier zu bleiben.« »Wie? Er ist hier geblieben?« »Ja, gnädiger Herr, in diesem Gasthaus, wir sind sogar sehr beunruhigt.« »Worüber?« »Über gewisse Ausgaben, die er gemacht hat.« »Nut, er wird die Ausgaben, die er gemacht hat, auch bezahlen.« »Ach, gnädiger Herr, Sie gießen mir wirklich Balsamen in das Blut. Wir haben ihm große Vorschüsse gewährt und diesen Morgen noch erklärte uns als der Wundarzt, wenn ihn Portos nicht bezahlte. So wolle er sich an mich halten, da ich nach ihm geschickt habe.« »Ist also Portos verwundet?« »Ich wüsste Ihnen das nicht zu sagen, gnädiger Herr.« »Wie doch, ihr wüsstet mir das nicht zu sagen? Ihr solltet doch das besser wissen als irgendeiner.« »Ja, allein in unserem Stande sagen wir nicht alles, was wir wissen, zumal in Fällen, wo unsere Ohren für unsere Zungen haften müssen.« »Nun, kann ich Portos sehen?« »Allerdings, gnädiger Herr, steigen Sie über die Treppe und klopfen Sie im ersten Stock bei Nummer eins. Nur geben Sie ihm zu verstehen, dass Sie es sind.« »Wie soll ich ihm zu verstehen geben, dass ich es bin?« »Ja, denn sonst könnte Ihnen ein Unglück begegnen.« »Und welches Unglück könnte mir da begegnen?« »Herr Portos könnte Sie für jemand aus dem Hause halten und Ihnen in einem Anfall von Zornwut den Degen durch den Leib stoßen oder den Kopf zerschmettern.« »Was habt ihr ihm also getan?« »Wir haben von ihm Geld verlangt.« »Ach, Teufel, ich begreife das. Ein solches Verlangen nimmt Portos sehr übel auf, wenn er nicht bei Geld ist. Doch weiß ich, dass er welches haben musste.« »Das haben wir auch gemeint, gnädiger Herr, und da in diesem Hause strenge Ordnung herrscht und wir alle Wochen unsere Rechnung abschließen, so übergaben wir ihm nach Verlauf von acht Tagen unsere Note. Doch scheint es, dass wir hierzu einen ungünstigen Augenblick wählten, denn schon bei dem ersten Wort, dass wir über diese Sache laut werden ließen, ließ er uns zu allen Teufeln gehen, indes hatte er tags zuvor gespielt.« »Wie? Er hat tags zuvor gespielt mit wem? Ach, mein Gott, wer weiß das? Mit einem vornehmen Herrn, der da durchreiste und dem er eine Partie Landsknecht anbot.« »So ist's. Der Unglückliche wird alles verloren haben, bis auf sein Pferd, gnädiger Herr. Denn als der Fremde in Begriffe abzureisen, bemerkten wir, dass sein Lakai das Pferd des Herrn Portos sattelte. Wir machten ihm deshalb eine Vorstellung, allein er entgegnete uns, dass wir uns in Dinge mengen, die uns nicht angehen, und dass das Pferd ihm gehöre. Wir gaben auch Herrn Portos Nachricht von dem, was vorging. Er antwortete aber, wir seien Schurken, weil wir an dem Wort eines Edelmannes zweifelten, und wenn uns dieser gesagt habe, dass das Pferd ihm gehöre, so müsste es auch wahr sein.« »An dem erkenne ich ihn,« murmelte D'Artagnan. »Hirauf ließ sich ihm melden,« fuhr der Gastwirt fort. »Das von dem Moment an, wo wir bestimmt schienen, uns in die Rücksicht der Zahlung nicht zu verständigen. Ich hoffen dürfte, er würde mindestens so gütig sein, die Gunst seiner Kundschaft meinem Kollegen zuzuwenden, dem Wirt zum goldenen Adler. Allein Herr Portos erwiderte mir, er wolle hierbleiben, weil mein Gasthaus das Beste sei. Diese Antwort war zu schmeichelhaft, als dass ich auf sein Fortgehen dringen konnte. Ich habe bloß ersucht, er wolle mir sein Zimmer, das schönste im Gasthof, zurückstellen und sich mit einem hübschen Kabinett im dritten Stock begnügen. Darauf antwortete aber Herr Portos, da er jeden Augenblick seine Geliebte erwartete, eine der vornehmsten Damen bei Hofe, so müßte ich begreiflich finden, dass das Zimmer, das er zu bewohnen, mir die Ehre erzeigte, für eine solche Person immer noch sehr mittelmäßig wäre. Obwohl ich die Wahrheit dessen, was er sagte, vollkommen einsah, so glaubte ich dennoch auf meiner Forderung bestehen zu müssen. Er nahm sich aber nicht einmal die Mühe, sich hierüber mit mir abzufinden, sondern griff nach seiner Pistole, legte sie auf den Tisch und erklärte, falls man ein Wort zu sprechen wagte, dass er sich in ein anderes Gasthaus oder ins Innere dieses Hauses übersiedeln solle, so werde er demjenigen eine Kugel in den Kopf jagen, der so frech wäre, sich in eine Sache zu mengen, die ihm nichts angehe. Seit dieser Zeit, gnädiger Herr, getraut sich niemand in sein Zimmer zu gehen, außer seinem Bedienten. Ist also Musketon hier? Ja, gnädiger Herr, er ist fünf Tage nach seiner Abreise in sehr übler Stimmung wieder zurückgekehrt. Auch scheint es, dass ihm auf der Reise einen Unfall begegnete. Unglücklicherweise ist er noch heftiger als sein Herr und kehrt für diesen das Unterste zu Oberst. In der Meinung, man könnte ihm das verweigern, was er verlangt, nimmt er alles, was er braucht, ohne zu fragen und ohne zu bitten. Ich habe bei Musketon immerhin eine außerordentliche Ergebenheit und Verständigkeit bemerkt, versetzte D'Artagnan. Das ist wohl möglich, gnädiger Herr, doch nehmen Sie an, ich komme mit einer solchen Ergebenheit und Verständigkeit jährlich nur viermal in Berührung. So bin ich zugrunde gerichtet. Nein, denn Portos wird sie bezahlen, murmelte der Wirt im Tone des Zweifels. Er ist der Liebling einer sehr hohen Dame, die ihn ob einer solchen Kleinigkeit, die er euch schuldet, nicht in der Klemme lassen wird. Wenn ich mich getraute, ihnen zu sagen, was ich dabei denke. Was denkt ihr dabei? Ich könnte noch mehr sagen, was ich weiß. Was ihr wisset? Ja, was ich bestimmt weiß. Und sagt, was wisset ihr bestimmt? Ich könnte sagen, dass ich diese hohe Dame kenne. Ihr? Ja, ich. Und woher kennt ihr sie? Ach, gnädiger Herr, wenn ich mich auf ihre Verschwiegenheit verlassen könnte. Redet. Und so wahr ich Edelmann bin, soll euch euer Vertrauen nicht geräuen. Und wenige Herren, Sie begreifen wohl, die Unruhe führt zu allerlei Dingen. Was habt ihr getan? Und nichts, wozu nicht ein Gläubiger berechtigt wäre. Nun, Herr Portos übergab uns ein Briefchen für diese Herzogin und gab uns den Auftrag, es in den Postbriefkasten zu werfen. Sein Bedienter war noch nicht angekommen. Da er sein Zimmer nicht verlassen konnte, so mussten wir seine Aufträge besorgen. Weiter, anstatt, dass wir den Brief auf die Post trugen, was mir ganz sicher ist, benutzten wir die Gelegenheit, da eben ein Aufwärter von uns nach Paris reiste und gaben ihm den Auftrag, dass er diesen Brief der Herzogin selbst einhändige. Nicht wahr? Das hieß den Wünschen des Herrn Portos entsprechend, da er uns diesen Brief so dringend empfohlen hatte. So beiläufig. Nun, gnädiger Herr, wissen Sie, wer diese hohe Dame ist? Nein, ich hörte nur Portos von ihr reden, weiter nichts. Wissen Sie, wer diese vorgebliche Herzogin ist? Ich wiederholte euch, dass ich sie nicht kenne. Es ist die alte Prokuratorsfrau im Châtelet, namens Madame Coconard. Gnädigster Herr, sie zählt mindestens schon fünfzig Jahre und spielt noch die Eifersüchtige. Da schien mir auch ganz seltsam eine Prinzessin, die in der Gas-O-Uhr wohnt. Woher wisset ihr das? Weil sie einen heftigen Zorn ausbrach, als sie den Brief erhielt und sagte, Herr Portos sei ein wankelmütiger Mensch und gewiss habe er den Degenstich um eines Frauenzimmers willen bekommen. Er hat also einen Degenstich bekommen? Mein Gott, was habe ich da gesagt? Ihr habt gesagt, dass Portos einen Degenstich bekam. Ja, doch. Er hat mir streng verboten, es weiter zu sagen. Warum das? Beim Himmel, mein Herr, weil er geprahlt hat, er werde jenen Fremden, mit dem Sie ihn im Wortwechsel zurückgelassen haben, durchbohren, indes ihn doch dieser Fremde trotz all seiner Ruhmredigkeiten überwunden hat. Indem nun Herr Portos ein sehr prahlsüchtiger Mensch ist und das auch seiner Herzogin gegenüber, die er mit der Erzählung seines Abenteuers für sich einzunehmen können, glaubte, so will er es niemanden bekennen, dass er einen Degenstich bekommen hat. Hält ihn also ein Degenstich im Bett zurück? Ja, ein Meisterstich, das kann ich versichern. Die Seele ihres Freundes muss im Leib angepfählt sein. Wart ihr beim Kampf? Mädiger Herr, ich folgte ihnen aus Neugierde nach und sah das Duell, ohne dass die Kämpfenden mich gewahrten. Und wie ist es dazu gegangen? Ich versichere, die Sache war bald abgetan. Sie nahmen ihre Stellung, der Fremde machte eine Finte und fiel so schnell aus, dass Herr Portos, als er zur Parade kam, schon drei Zoll Klinge in der Brust hatte. Hierauf fragte ihn der Fremde um seinen Namen, nun als er hörte, dass er Portos hieße und nicht D'Artagnan, so reichte er ihm seine Hand, geleitete ihn bis zum Hotel, schwang sich auf das Pferd und ritt von dannen. Hatte also der Fremde es auf D'Artagnan abgesehen? So scheint es. Und wisst ihr, was mit ihm geschehen ist? Nein, ich habe ihn bis zu diesem Augenblick nicht wieder gesehen. Gut, ich weiß, was ich wissen wollte. Nun, ihr sagt, Portos habe das Zimmer im ersten Stock Nummer eins? Ja, gnädiger Herr, das Schönste im Gasthof, ein Zimmer, das ich bisher schon zehnmal hätte vermieten können. Ach, beruhigt euch, entgegnete D'Artagnan lachend. Portos wird euch schon bezahlen mit dem Gelde der Herzogin Kockenau. Oh, gnädiger Herr, Prokurators Gemahlin oder Herzogin, das wäre mir gleich viel, wenn sie nur mit der Börse herausrücken wollte. Allein sie antwortete bestimmt, sie sei der Forderungen und der Untreude sind Portos müde und wolle ihm keinen Heller schicken. Und habt ihr diese Antwort eurem Gaste hinterbracht? Davor haben wir uns gehütet. Er hätte ja durchaus ersehen, wie wir seinen Auftrag besorgt haben. Somit hart er immer noch auf sein Geld? Ach, mein Gott, ja, gestern schrieb er wieder, doch diesmal trug sein Bedienter den Brief auf die Post. Und er sagt, die Prokuratorsfrau wäre alt und garstig? Sie zählt mindestens 50 Jahre, gnädiger Herr, und wie Patot vorgibt, ist sie ganz und gar nicht hübsch. Für diesen Fall seid ruhig, sie wird sich erweichen lassen. Außerdem kann euch Portos nicht viel schuldig sein. Wie? Nicht viel schuldig? bereits 20 Pistolen den Arzt ungerechnet. Sehen Sie, er versagt sich gar nichts, man sieht, wie er das Wohlleben gewohnt ist. Nun, wenn ihn auch seine Geliebte im Stiche lässt, so findet er doch Freunde, dafür kann ich stehen. Seid also unbekümmert, lieber Wirt, und widmet ihm alle Sorge, die sein Zustand erfordert. Gnädiger Herr, Sie haben mir versprochen, nichts von der Prokuratorsfrau und nichts von der Wunde zu sagen. Dabei bleibt es, ich habe euch mein Wort gegeben. Ach, sehen Sie, er brächte mich gewiss um. Habt keine Früchte, er ist kein solcher Teufel, wie er aussieht. Nach diesen Worten stieg D'Artagnan die Treppe hinauf und ließ den Wirt beruhigter zurück, über die zwei Punkte, auf die er viel zu halten schien, nämlich über seine Schuldforderung und sein Leben. D'Artagnan pochte an die Tür Nummer eins und trat auf den Ruf herein in das Zimmer. Portos lag im Bett und spielte mit Musketon zur Unterhaltung eine Partielandsknecht, in der sich ein Spieß mit Rebhühnern am Feuer drehte und in jeder Ecke eines großen Kamins auf zwei Bratpfannen zwei Kasserolen prasselten, woraus der doppelte Wohlgeruch von Gibelot und Matelot erquicklich duftete. Überdies waren ein Schreibkasten und eine Marmorplatte mit leeren Flaschen bedeckt. Portos erhob ein lautes Gejubel, als er seinen Freund erblickte. Musketon stand ehrerbietig auf und trat ihm seinen Platz ab und ging zu den Bratpfannen, um einen Blick auf die Kasserolle zu werfen, die er überwachen zu müssen schien. »Ha, mein Gott, ihr seid es!« rief Portos zu D'Artagnan. »Seid willkommen und entschuldigt mich, dass ich euch nicht entgegengehe, doch!« fügte er hinzu und blickte D'Artagnan mit einer gewissen Unruhe an. »Wisst du dir wohl, was mir begegnet ist?« »Nein?« »Hat euch der Wirt nichts gesagt?« »Ich habe bloß nach euch gefragt und bin heraufgestiegen.« Portos schien leichter zu atmen. »Was ist euch also begegnet, lieber Portos?« fuhr D'Artagnan fort. »Als ich wieder meinen Gegner forcht und ihm schon drei Degenstiche beibrachte und ihn mit dem vierten in den Grund bohren wollte, stieß ich mit dem Fuß auf einen Stein und verrenkte mir das Knie. »Wirklich?« »Auf Ehre!« »Das rettete den Elenden, denn ich hätte ihn tot auf dem Platz gelassen. Das kann ich versichern.« »Und was ist aus ihm geworden?« »Oh, das weiß ich nicht. Ich hatte genug und ging fort, ohne sein Garaus zu verlangen. Doch ihr, lieber D'Artagnan, was ist euch begegnet?« »Nun, lieber Portos,« fuhr D'Artagnan fort, »so ist es diese Verrenkung, die euch an das Bett fesselt.« »Ja, mein Gott, ja, weiter nichts. Übrigens bin ich in wenigen Tagen schon wieder auf den Beinen. Doch, warum ließt ihr euch nicht nach Paris bringen? Ihr müsst ja hier entsetzliche Langeweile haben.« »Ich wollte das. Allein, ich muss euch etwas gestehen.« »Was?« »Eben, weil ich mich entsetzlich langweilte, wie ihr sagt, und die 75 Pistolen in meiner Tasche hatte, die ihr mir gegeben habt, ließ ich einen vorbeireisenden Edelmann zu meiner Zerstreuung heraufkommen und trug ihm eine Partiewürfel an. Er nahm es an und meiner Treu die verwundsäbzig Pistolen wanderten aus meinem Sack in den seinigen hinüber, mein Pferd zu geschweigen, das er auch noch in den Kauf bekam. Doch ihr, mein lieber D'Artagnan.« »Nun, mein lieber Portos, man kann nicht überall Vorrechte haben,« versetzte D'Artagnan. »Ihr kennt das Sprichwort. Unglück im Spiel, Glück in der Liebe.« »Ihr seid zu glücklich in der Liebe, als dass sich das Spiel nicht rächen sollte.« »Aber was liegt euch an dem Wechsel des Glückes, glücklicher Schelm? Habt ihr nicht eure Herzogin, die nicht ermangeln wird, euch aus der Not zu helfen?« »Ach, mein lieber D'Artagnan,« erwiderte Portos mit der unbefangensten Miene der Welt. »Seht, wie alles verkehrt geht. Ich schrieb ihr, sie möchte mir einige fünfzig Lusidor schicken, derer ich in meiner gegenwärtigen Lage durchaus benötige.« »Nun?« »Nun, sie mußt sich auf ihren Gütern befinden, denn sie gab mir keine Antwort.« »Wirklich?« »Ja, darum schickte ich hier gestern einen neuen Brief, der noch dringlicher war als der erste. Doch ihr seid hier, mein Lieber, sprechen wir also von euch. Ich gestehe, dass ich schon anfing, in Bezug auf euch etwas bekümmert zu werden. »Doch euer Wirt behandelt euch gut, wie es scheint, lieber Portos?« versetzte D'Artagnan, indem er auf die vollen Kasserollen und die leeren Flaschen zeigte. »Kosikosikos,« antwortete Portos. »Der Elende hat mir schon vor drei oder vier Tagen seine Rechnung gebracht. Doch habe ich sie samt ihm zur Tür hinausgeworfen, wonach ich mich hier wie ein Sieger, wie ein Eroberer befinde. Auch bin ich bis an die Zähne bewaffnet, wie er seht, weil ich einen Überfall befürchten muss. »Doch,« versetzte D'Artagnan lächelnd, »doch scheint mir, dass ihr bisweilen einen Ausfall machet.« Er zeigt ihr mit dem Finger auf die Flaschen und Kasserolle. »Leider nicht ich,« entgegnete Portos. »Diese elende Verrenkung heftet mich ans Bett. Musketon zieht zu Feld und bringt Lebensmittel. Musketon, mein Freund,« fuhr Portos fort, »so siehst du, dass wir Verstärkung bekommen haben. Wir brauchen somit mehr Proviant. Stelle den Tisch hierher, und D'Artagnan wird uns, während wir Frühstücken erzählen, was ihm in den letzten Tagen begegnet ist, seit er uns verlassen hat.« »Recht gern,« ersetzte D'Artagnan, während nun Portos und Musketon mit dem Appetit von Wiedergenesenden und jener brüderlichen Gemütlichkeit frühstückten, welche die Menschen im Unglück näher rückt, erzählte D'Artagnan, wie Aramis verwundet und genötigt worden war, in Grèvecoeur zurückzubleiben, wie er zu Athos, zu Amiens, in den Händen von vier Männern zurückließ, die in der Falschmünzerei beschuldigten und wie er selbst D'Artagnan gezwungen war, den Grafen von Ward in den Sand zu bohren, um England zu erreichen. Bis dahin ging D'Artagnan in seiner vertraulichen Mitteilung, er sagte nur noch, dass er aus England vier prachtvolle Pferde mitgebracht habe, wovon eines für ihn und ein anderes für jeden Gefährten bestimmt sei, und schloss damit, dass er Portos ankündigte, dass seine gestehe bereits im Stalle des Gasthauses. In diesem Moment trat Planchet ein und meldete seinem Herrn, die Pferde hätten sich hinlänglich ausgerastet und man könnte noch bis Clermont reiten und dort übernachten. D'Artagnan war in Bezug auf Portos ziemlich beruhigt und da er so gern auch von den zwei anderen Freunden Kundschaft eingezogen hätte, so bot er dem Kranken die Hand und erklärte, er wolle sogleich abreisen, um seine Nachforschungen fortzusetzen. Übrigens hoffe er, wieder hierher zurückzukommen und dann Portos mitzunehmen, falls er sich nach sechs bis acht Tagen noch im Hotel befinden sollte. Portos entgegnete, es sei ganz wahrscheinlich, dass ihm seine Verrenkung bis dahin noch nicht erlaube, sich auf den Weg zu machen und außerdem müsse er in Chantilly bleiben und die Antwort der Herzogin abwarten. D'Artagnan wünschte ihm, dass diese Antwort bald und glücklich ankomme, empfahl Musketon seinen Freund Portos zu obsorge, bezahlte dem Wirt seine Zeche und begab sich wieder auf den Weg mit Planché, der bereits eines der Handpferde losgeworden war. Untertitelung